Hey Johannes hier von NewGadgets.de und ich bin gerade auf der Entwicklerkonferenz DroidCon 2024 in Berlin und hier am Stand von Forisha Aptoid Automotive, dem führenden Markt für Automobil-Apps. Und in diesem Video möchte ich mir diesen App-Markt fürs Auto einmal genauer anschauen und dafür stehen hier auch zwei Demo-Fahrzeuge. Also viel Spaß beim Zuschauen. Wem Forisha Aptoid Automotive nichts sagt, das Unternehmen gehört Forvia, einem der größten Automobiltechnologie-Zulieferer der Welt. Was Forvia so macht, das konnte ich mir bereits letztes Jahr auf der IAA 2023 in München genauer anschauen. Die Unternehmensfelder sind dabei breit gefächert, so geht es vom Infotainment über spezielle Sensoren bis hin zu Materialien für die Sitze und Oberflächen. Mein Video vom Forvia stand auf der IAA 2023, blende ich euch hier einmal ein und verlinke es euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Hier auf der DroidCon zeigt das Unternehmen seinen Markt für Automobil-Apps. Man arbeitet hier mit 18 Automobilmarken zusammen und verfügt über ein Portfolio von rund 200 Apps. Zwar bietet das Unternehmen hier sehr individualisierte Lösungen für die einzelnen Marken an, durch eine Standardisierung des übergeordneten Systems und der Apps steht das System aber der gesamten Fahrzeugindustrie zur Verfügung und kann dadurch ideal skaliert werden. Wie bereits erwähnt, auf dem Messestand waren zwei Demo-Fahrzeuge vorhanden. Hier im BMW X2 können wir uns einmal den Marktplatz in Aktion anschauen. So haben wir hier den Connected Drive Store. Zu Beginn sehen wir hier erst einmal die einzelnen Themenbereiche wie Travel & Local, Entertainment, Music & Audio, News & Magazines und natürlich Gaming. Wie man es auch von den App-Märkten auf dem Smartphone kennt, gibt es hier dann zu jeder App auch eine kurze Beschreibung und Bilder und wir können sie dann auf Wunsch herunterladen und installieren. Wie man sehen kann, sind hier auch bekannte und beliebte Apps vorhanden. Man muss also auch im Auto nicht auf die Tagesschau, Amazon Music, Spotify und Co. verzichten. Und was natürlich sehr wichtig ist, sind die Games und hier können wir auch mal sehen, wie performant das System ist, denn das Rennspiel hier läuft wunderbar flüssig, hat kaum Ladezeiten und macht einfach nur Spaß. Besitzer eines Elektrofahrzeugs werden sich hier besonders freuen, denn so vergeht die Zeit an der Ladesäule wie im Flug. Ich könnte hier auf jeden Fall noch eine ganze Weile sitzen und das Game zocken. Hier im Mercedes gibt es dann noch eine Besonderheit und zwar kann man sich hier dank eingebauter Kamera auch im Auto einen Zoom-Call starten und sein Meeting einfach im Auto abhalten. Alle Apps sind natürlich für die Benutzung im Auto optimiert und ablenkende Apps wie Streaming-Apps und Games können natürlich während der Fahrt nicht bedient werden. Diese nutzt man dann einfach stationär, beispielsweise wenn man gerade an der Ladesäule steht. Ziel des Unternehmens ist es erheblich, zur Zukunft der vernetzten Autos beizutragen und neue Standards für die Automobilindustrie zu setzen. Und nun eine Frage an euch, welche Apps nutzt ihr in eurem Fahrzeug? Lasst einen Kommentar da und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst, meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.